Schau, was geht. Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute und wir machen heute gemeinsam eine Jause. Jengis ist sogar wirklich gerade was. Jengis macht gerade wirklich eine Jause, Alter. Ist eine gute Jause, ist gesund und salzig. Möchtest du mich küssen? Ja. Okay. Leute, wir schauen uns heute die besten Lebens 2020 an. Das Jahr ist schon ganze 28 Tage alt mittlerweile. Und da ist es eigentlich Zeit, jetzt schon mal einen Rückblick zu machen auf die besten Lebens vom ganzen Jahr, oder? Möchtest du sagen? Ja. Wir machen wieder eine Nicht-Lachen-Challenge. Wer diesmal lacht, meine Freunde, muss tatsächlich seinen eigenen Kopf enthaupten. Einfach mit einem Messer. Also sich quasi klonen und dann mit einer Axt. Genau. Richtig, genau. Deshalb heute extrem Nicht-Lachen-Challenge, meine Freunde. Wer lacht, muss sich selbst enthaupten. An der Stelle ist das Video auch wieder gelb, ne? Wie meine Käppi. Okay, ich würde sagen, fangen wir einfach an. Tobi hat jetzt irgendwelche Sachen rausgesucht. Alles, was Copyright-mäßiges wird mit Updells, Geschrei überspielt. Ne, Updell? Ja. Du bist nicht Teil dieses Videos. Bitte sehr leise. We, 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 we. Alter. Wie dämlich. Junge. Cengiz. Einfach damals mit mir. Immer so ein Sch*** gemacht. Immer. Junge. Nachdem haben wir auch keinen Kontakt mehr. Es ist das erste, was wir seit einem halben Jahr sehen. Ja, das stimmt. Hier für den Magic Touch. Mann, kennt uns. Oh nein, Alter. We, 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 we. Do you know the way? Impossible do you. Excuse me, sir. I hope my horrible ugliness won't be a distraction to you. No, no, boys. Das ist ein Zombie-Sound die ganze Zeit. Do you know what time it is? Discord- Was ist mit diesem dummen Tobi-Sau? Ich, Alter. Ich erkomme nicht übertrieben. Genauso gut wie diese Sch***-Akkorde-Leiberspiele. Hört sich schöner an. Hört sich schöner an. Ja. Are you kidding me, dude? Freaking Minecraft? You play a real game, loser. Roblox, Alter. Oh, Danny Phantom. Absoluter Müll, wirklich. Jump down, jump down and then... Say some fucking shit. Do you know the way? Oh, das ist mit diesem iDub-Smeen. Hey, Placen, can I for a song go like this? And then turn into one of those songs, that goes... Not to be racist or anything, but Asian people. Yeah! Oh, das ist so dumm, Junge. Okay, zum Glück haben wir noch ein zweites Video, meine Freundin. Da meine Tobi hätte fast vor Lachen geheult, ich glaub's ihm nicht. Wahrscheinlich hat er geheult, weil er traurig ist, weil er bei mir arbeitet. Ich bin so dumm, Junge. Ich bin so dumm, Junge. Ich bin so dumm, Junge. So direkt weg, Alter. Ein Mann hat fallen ins Wasser in Lego City. Hey! Kennt ihr diese Namen auch mal früher? Ja. Es war so ein Meme, dass dieser Mann von Lego City in diesen Fluss gefallen ist. Ja, der Originspit, der muss immer gerettet werden, der Weg. uy,uy,uy. Weee! Weee! Yo! Man, Alex Jones! Deshalb sind Katzen so scheiße, Alter. Ei! ! Ehrlich? Wieso finde ich sowas so schlimm? Was ist denn das? Emergency saving Energy saving Was? Hä? Das geht aber wirklich, ne? Das habe ich auch schon mal gemacht Stimmt nicht Die Cartoons von früher waren ja komplett Ich wollte gerade sagen, das ist ja richtig verstörend Komplett verstörend einfach King King Was macht man denn damit? Hängt man das irgendwo auf? Mach das mal mit deinem Schwanz Alter, ich mach nur meine Dickpicks immer so, ne? Aber es bringt halt nichts, weil der ist immer noch so dünn themen das seine Häh? Wie gut! Alter! Es ist eine Bildung, die ich dir von dir genommen habe, das erste Mal, dass ich hier hier gekommen bin. Guck mal, du bist so jung und glücklich. Oh, ich kenn... Junge, man sieht so kranke Sachen, Alter. Ich hab das einmal gemacht, da hab ich gesehen, wie mein Onkel einfach meinen Nachbarn umgebracht hat. Beschreibts einfach so gut, Junge. Das ist Harry Potter, oder? Ja. Sau dumm. Thanks, Obama. Was? Was? Ja, wie geil, Junge. Wie geil, Junge. Wer war das nochmal, CM Punk, oder wer war das? Dieser Wrestler? Ich weiß ja wie nicht mehr. Es geht ja immer weiter, ne? I'm in the ghetto. So. Ratatada. Ratatada. Was soll sowas, Alter? Wie er damit langschwimmen ist. You rescue Helikopter. Das ist real? Wie passiert sowas? Wir leben ja in irgendeinem alternativen Universum, oder? Geil gemacht. Was ist das? Ist das eine Krabbe gegen den Roboter, Alter? Das war eine Krähe oder so. Wo passiert sowas, Alter? Ne, das ist eine Krabbe. Ne, das ist ein Hummer. Ne, das lebt ja noch, Alter. Nicht, wenn ich ein Placement-Angebot bekomme. Oh! Was? Geil. Du musst dir vorstellen, diese Leute, die haben ja über-editend-Skills. Ja, mega. Die haben richtig krange Skills und machen damit nur so Scheiße. Das ist einfach so unsere Generation. Wir sind alle so überbegabt, könnten richtig viel machen. Stattdessen sitzen wir hier, gucken uns das an und lachen darüber. Aber dann sitzen da nochmal Leute und gucken sich das an. Ja. Und lachen darüber, wie wir darüber lachen. Wir sind so eine dumme Generation. Wir haben es nicht verdient, zu existieren. Ja! 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 Ja doch, du hast doch was letztens gestreamt. Was? Hey, bist du so? Ist der blöd? Wir sind wieder reingekommen, Alter. Geil gemacht, Alter. So aufwendig. Vor allem, die Videos sind immer so richtig brillig aufgenommen und mit Hälften und dann so krank editiert. Oh nein, 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 nein! Oh ja doch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist wirklich gut! Kann nicht sein, kann nicht sein. Wie random das ist, guck mal. Nein! 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 Es ist in der Wand ständig geblieben, ne? Wie geht das denn? In Amerika wenn aus Kappe. Ist wirklich so. Hahahaha Das ist der Scheiße, Mann Hahahaha 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 Der ist in so einer Matrix drin, der ist in so einem Falltum Der kann nicht aufhören Hahahaha 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 Oh mein Gott Hahahaha Hahahaha Brennt, brennt gleich Meinst du? Alter, genau so baut man RAM ein Ist das überhaupt RAM? Ne, ne? Ist das ja auch ges körst Eher Hahahaha Guckt ihr das wirklich? Hahahaha FIFA Hahahaha 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 Seder hat er später gegessen, einfach. Hat so nichts gebracht. Aber irgendwie durch... Alter. Oh, wie smooove. Okay, I'm just too strong. Ich finde, man merkt doch einfach, dass wir echt sehr nah mit dem Verwandt sind, Alter. So Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt genug gelacht, Alter. Wenn ihr auch gelacht habt, dann dürft ihr jetzt selber taupen. Lasst doch auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da schaut gerne bei Update vorbei. Macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.